Ob ich noch Lust hätte, mit ihm baden zu gehen, schwimmen im Schwarzen Meer. Und ich gesagt habe, Herr Präsident, bitte um Verständnis, aber wenn ich üblicherweise zu Gesprächen, zu Interviews mit Staatsoberhäuptern reise, habe ich keine Badehose dabei. Ich sagte, das sei gar kein Problem, ich könne eine von ihm haben. Und ehe ich mich dann versah, war ich dann in einem historischen Badezelt und da lagen dann tatsächlich schon bereit Badehosen, aber so sozialistische Speedos. Es ging alles sehr schnell und auf einmal stand der Präsident nackt neben mir und ich habe mich dann auch in Kleider diese Badehose angezogen. Das war so ein Moment, mit dem er einfach sein Gegenüber überrumpelt. Und das waren so Dinge, die ich bei jeder Begegnung mit ihm so erlebt habe.